Mein Name ist Jürgen von der Lippe. Ständig bekomme ich von allen möglichen Leuten Fragen gestellt. Was soll ich tun? Äußerst knifflige Fragen. Das Meerschweinchen meiner Tochter hat 5 Euro gekostet. Jetzt ist es krank. Der Tierarzt sagt, die Operation wird 200 Euro kosten. Dafür kann ich sehr viele Meerschweinchen kaufen. Was soll ich tun? Auf all diese Fragen gibt es jetzt eine Antwort von meinen Gästen und mir. In meiner neuen Show. Demnächst auf Comedy Central.